guten tag meine lieben damen und herren der clasher kunst möchte ich mal so nennen ja ihr habt natürlich auch noch mal ein coc video verdient ich hatte bloß wie satt am an dem montag vor letzte woche irgendwie da hatte ich dann abends halt wirklich noch clash royale weitergezockt und deswegen sind natürlich da ein paar mehr videos in dem bereich zustande gekommen und deswegen sieht das so aus so jetzt gucken wir aber mal ich habe nämlich was geändert also ich habe jetzt ganz normal mit barge angegriffen und das ist ja auch nur der kleine account mit dem großen account bin ich richtig richtig also pokymäßig richtig abartig gedroppt bin jetzt irgendwo glaube ich in gold und ich muss wirklich sagen das gefällt mir richtig nice einer hatte früher mal gesagt oh ja mit mit queen walkie mit den 10k in einer stunde das ist nicht der hit das schaffst du mit barge im doppelten bereich und das kann ich wirklich nur bestätigen das ist halt wirklich der fall das heißt also ich war wirklich im freien fall nach unten und habe mir halt wirklich gesagt gut okay komm da wo du halt eben irgendwo was kriegen kannst schnappst du es dir und fertig hier sehen wir der ist zwar im push aber der rest ist nicht so wirklich voll aber wir sehen natürlich dass hier gut was losgeht ich hoffe ich verkacke es nicht ich will natürlich dann in dem fall reingehen also sprich wirklich komplett auf die lager und ich würde mal fast sagen wenn ich von hier aus die so langsam killen kann also was heißt langsam ich meine die die armee lager müssen natürlich relativ schnell weg aber ohne dass mir meine bogies hier irgendwie kaputt gehen so meine ich das jetzt ganz genau da wollen wir hin und wir setzen da noch ein rage rein und jetzt gucken wir mal wie wir hier unsere helden bzw meinen helden so ein bisschen so unterstützen können weil wir wollen natürlich auf jeden fall rein ganz klar jetzt setzen wir uns einfach noch mal unsere queen rage ist noch ein bisschen da und jetzt schicke ich die halt einfach mal so ein bisschen rein also gucken wir mal hier so sobald die drinnen sind sollen die hier starten klar jetzt habe ich natürlich mit bluestacks den nachteil das ist natürlich wirklich um einiges geiler wenn man das halt wirklich am ipad oder an eurem normalen ios die wir nicht ios sondern android device macht dann wäre das natürlich noch geiler auf jeden fall aber so ist das nun mal jetzt gucken wir mal wo die alle lang rennen kommt 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 ich will hier jetzt mal die queen noch ein bisschen ragen das läuft eigentlich ganz gut und kommt 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 da schade die barbaren hätte ich da hätte ich lieber die barbaren noch ein bisschen ragen sollen aber ich denke so verkehrt ist das jetzt nicht schade die beiden lager aber ich wollte halt eben von der seite rein dass das halt ein bisschen besser läuft naja also doll war nicht doll war wirklich nicht ab naja aber aber guckt mal also wirklich es hat halt nichts gekostet dann sagt man wiederum auch gut okay passt ist in ordnung so jetzt wollen wir aber natürlich auch wieder wechseln und dazu machen wir einen kurzen cut und da sind wir auf dem großen account weil ich dann machen wir vor genau er sagt weil ich ja bald die queen jetzt komplett durch habe guckt mal hier wir haben ja noch 22 stunden sie geht auf level 29 und dachte auch gut okay jetzt kannst du dich langsam mal wieder so ein bisschen in richtung mauern orientieren dass die halt auch nach und nach fertig werden ganz klare nummer unit von dir war bestimmt irgendwas internes okay passt und jetzt gucken wir mal was wir hier gebatscht kriegen wir sind in gold 2 ach so genau ich guck mal ob ich noch im log noch ein bisschen was zu verstecken habe okay also normal nie nicht nur das hier gar nichts WTF Junge hier aber dann hast du eben doch teilweise mal wieder sowas wo du sagst gut okay kommst fast an eine millionen ran und barge war halt wirklich günstig das muss man halt dazu sagen und wie gesagt etwas über 20k innerhalb von unter ja von von einer stunde und das war schon ziemlich nett also da dachte ich auch schon gut okay und wie gesagt eben im verhältnis im boost man muss dazu sagen im boost klar aber das tut ja nicht weh also wirklich fast keine rage spells genommen sondern wirklich einfach nur barbaren und bogies und dann lief das ganz ganz nice also da habe ich mich echt gefreut drüber und dann halt wirklich wenn ich hier so eine in dem fall jetzt so eine schlechten bohrer brauche ich gar nicht angreifen aber wenn ich dann wirklich schön gemäxte bohrer hatte immer schön reingegangen halt nur die bohrer weggezogen und das ging schon richtig richtig nice auf jeden fall dann kam noch die anfrage von wegen orna ja wann wann beantworten endlich mal wieder kommentare das wird auch so also ich werde das in dieses 20k special irgendwie so reinpacken dass sie das vielleicht sogar mehrere teile mache dass man da halt auch noch mal einen bogencheck hat dass man dann noch mal ein paar kommentare hat und so weiter das sollte schon klappen denke ich auf jeden fall und dann werde ich ja dann auch irgendwo noch mal mit euch zusammen ein step weiter nach vorne gehen was in dem bereich geht sponsoring product placement und so weiter also dazu gibt es noch mal ein komplett ja eigenes video weil mir das halt wirklich wichtig ist also ihr kennt meine aussage ja die ganze zeit schon war immer so ich habe gesagt ey passt auf leute auch wenn ihr möchte also wer es jetzt nun wirklich ums verrecken unbedingt machen möchte und mir unbedingt irgendwas spenden möchte ich würde ihm jetzt nicht den kopf abreißen aber ganz ehrlich ich möchte es eigentlich wirklich ganz ohne witz ich möchte es eigentlich nicht fertig weil das ist euer geld und da das kann jeder sehen wie er möchte da kann jeder sagen ey naja warum denn du kannst doch damit richtig kohle machen und so weiter und so fort aber ich sehe das halt wirklich so und das ist also sonst sonst würde ich es halt nicht sagen sonst ist es halt einfach wirklich so das könnte man jetzt sagen naja ist so ein bisschen marketing mäßig ach er will euch nicht das geld aus der tasche ziehen bla bla blub wisst ihr glaube ich alle selber wie gesagt ich bin einfach der meinung ihr seid alle auch im normalfall nicht mehr irgendwie acht oder neun sondern ein bisschen älter und wenn man da jetzt zum beispiel irgendwie irgendeinen mist erzählt und euch dann irgendeinen bären aufbinden möchte man ihr seid doch nicht doof also wirklich und ich bin wirklich der meinung die ja wie soll ich sagen die die seriösität oder wie le floyd eben zu sagen fliegt die authentizität würde durch irgendwie so ein ja nicht gekennzeichnet product placement oder sponsoring halt meiner meinung nach total den bach runtergehen und da würde ich halt eben an authentizität enorm verlieren und dann braucht man sowas nicht machen also da schadet man sich halt extremst selbst und Ach komm egal jetzt haue ich hier noch die restlichen kobolde rein voll egal Wayne habe ich wenigstens noch mitgenommen Ne und von daher ist mir das halt ganz wichtig und der angriff war total verkackt alter was geht nein das ging ja total in die hose Ja wie gesagt da wird es dann noch mal ein komplett explizites video zum thema product placement geben dass das halt so mit sponsoring wie gesagt langsam losgeht und dass ihr euch da aber wirklich ganz ganz einfach ihr könnt euch da halt sicher sein weil mir mir geht es zum beispiel darum ganz einfach sache es wurde ja schon mal einfach nur nettigkeit halber also das war ja nicht irgendwie dass einer gesagt hat Ey du hast das product placement nicht gekennzeichnet Jetzt hier Irgendwie gibt es probleme und sowas so war so war das ja nie Klar es gab natürlich auch kein product placement ist die nächste sache aber zum beispiel wenn ich halt einfach wirklich mal bock habe Und sage ja hier ich ich esse jetzt gerade und und fertig und wenn ich euch das irgendwie ins gesicht halte oder es sei jetzt zum beispiel irgendwie ein apfel oder sowas und dann halt sage Oder zum beispiel jetzt dann hatte ich auf instagram hatte ich ein foto hochgeladen mit mega fetten erdbeeren die ich mir gegönnt habe so und Wenn ich dann aber rein schreibe ey passt auf gesponsert dann dann wisst ihr ey passt auf gut in ordnung hat er halt gemacht weil das halt mit dem sponsor so vereinbart hat wie auch immer Und dann wisst ihr das dann ist das eine save sache und da uns Ich sage jetzt mal unter uns beiden Du als abonnent und ich halt eben als youtuber und dann ist das gut denn das heißt also sobald ihr irgendwie irgendwelche Produkte im oder als ich das auto hochgehalten habe ja Könnt ihr euch halt einfach sicher sein gut okay das ist halt kein product placement das macht er nicht einfach so weil er Was weiß ich irgendwie halt kohle machen will sondern einfach just for fun Und wenn es halt um ein product placement geht dann seht ihr das dann wird das links oder rechts ich weiß es noch nicht auf jeden fall eingeblendet Hey hier produktunterstützung oder durch mein sponsor und wie auch immer und fertig so Einfach ist die ganze sache und da ja da will ich mir auch definitiv nicht irgendwie Das mit euch verscherzen und sagen ah mist weil ich das jetzt nicht gekennzeichnet habe Ja ist das vertrauen weg und das kann garantiert mega schnell passieren also weil wenn ihr halt seht Das war Nix also der hat doch dafür garantiert kohle bekommen dann ist das mist dann ist das einfach eine nöhnung Und ich möchte mich nicht irgendwie rechtfertigen müssen sondern ich sage euch passt auf war kein product placement Und fertig oder war halt eins und fertig ganz einfach kann man doch ganz einfach drüber sprechen Wollen wir heute meinen holzfäller raushauen Nö will ich nicht ich will meine mein wald hier Noch und noch mehr wachsen lassen gucken wir uns das noch mal ganz kurz an hier in In dem layout ich glaube 187 ganz genau 187 mauern sind es mittlerweile wie gesagt die sie wurden ja in der letzten zeit echt übel vernachlässigt Aber passt mittlerweile auf jeden fall wieder ach so ah ja genau ich sollte doch in den one million loot clan Da gab es wohl wieder mega geile sachen so verlassen Ja Und ich gehe Gnadenlos Hashtag jettis Und wir gehen auf beitreten Da bin ich mal richtig gespannt was da auf mich zukommt Richtig nice richtig nice so jetzt gucken wir mal Da würde ich ja fast mal sagen war da irgendwie sowas wie eine luftabwehr Und jetzt kommt er egal von wo Die drachen rüsten eh alles Wobei die variante denke ich auch wirklich eine gar nicht so verkehrte ist Weil dass man hier wirklich erst mal die luftabwehr killt ich meine eine 1er luftabwehr okay Aber da wird man von dem luftfeger auch nicht zu sehr genervt Aber wie gesagt also eben in in so einer in so einem bereich Kriegt man mit den drachen eigentlich wenn man es nicht total verkackt Immer alles und dann passt das Und ist natürlich echt geiler luft wobei ich aber wirklich sagen muss die dragos sind halt echt mega teuer Also ich dachte ja halt echt auch oben Oh naja komm du gehst ja noch mal viel höher gehst ja noch mal viel höher Und ja dann stehst du halt aber da und denkst dir Hm naja mit dem queen war konnte ich mir wenigstens mit dem Mit dem elixier dann trotzdem irgendwann noch mal eine mauer gönnen Und ja mit den dragos musstest du halt aufpassen dass dir das elixier halt echt nicht ausgeht Das ist halt echt so eine sache gewesen wo man dachte Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet aber der loot ist einfach mega geil Und wie gesagt so eine sachen möchte man sehen Sowas ist das wo man sagt ja genau Sorry genau das ist es Jetzt noch mal eine andere frage an euch ich weiß wird wieder so ein quatsch video Aber eine frage halt an euch die ich wissen will wie sieht es aus Wen nutzt oder wen schaut ihr noch als coc youtuber Habt ihr jetzt durch clash royale Ne wie soll ich das sagen habt ihr daran jetzt mehr Mehr wie soll ich sagen Mehr spaß wirklich nur an clash royale gefunden oder sagt ihr halt eben Weil ich eben auch oft die 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 kommentare bekommen Oh nee mach nicht zu viel oder nicht nicht andersrum Nicht coc vernachlässigen wie gesagt was auch nicht der fall sein wird Definitiv nicht Und wie ist das habt ihr jetzt gesagt zum beispiel mit disiacs bestes beispiel der haut halt wirklich Fat clash royale Aus und hat halt gesagt gut okay mit coc ist halt nicht mehr viel sagt ihr deswegen weil ihr halt Nur coc geguckt habt sagt ihr dann oh nee jetzt will ich die will ich die nicht mehr abonnieren oder wie wie ist denn das wie Wie setzt sich das bei euch zusammen das wüsste ich ganz ganz gerne mal Das war's dazu jetzt muss ich eben meine facecam wieder neu einstellen sonst haben wir hier irgendwie ein richtiges problem Ja nächste folge seht ihr dann wieder noch mehr angriffe und dann hoffe ich mal habt ihr spaß damit das war's von mir Jaut rein ciao ciao